Doch, ich krampere! Ne, jetzt bin ich jetzt nicht. Servus Leute, was geht eigentlich ab und willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich einfach mal mit zwei Kumpels, die auch beim Fußballvideo dabei waren, nach Stuttgart fahren und mal gucken, ob ich den ein oder anderen Prank aufnehmen werde. Alter, der guckt mich ganz komisch an. Ja, also und ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen. Dann zählen wir uns, denke ich mal, in Stuttgart wieder. Ja, also wir sind jetzt in Stuttgart angekommen und Hobi und Adri sind jetzt auf jeden Fall auch dabei. Ja genau, die kennt ihr ja noch, habe ich ja vorher gesagt, die waren bei einem Fußballvideo dabei. Und wir steppen jetzt ganz gechillt ins Milaneo und werden mal gucken, ob wir ein paar Leute verarschen können. Das wird auf jeden Fall richtig witzig. Ja, und dann sehen wir uns gleich in Milaneo. Ja, also die Jungs, wir waren jetzt in Milaneo und man konnte dort einfach keine Pranks aufnehmen, weil es dort einfach viel zu voll war, weil alle haben geredet und so und es war wirklich nicht gut dann. Ja, und ich habe es auch versucht und die Leute, die waren da irgendwie voll unfreundlich. Die haben dann auch immer Nein gesagt und so, wo ich gefragt habe, können wir Selfie machen oder so. Und deswegen machen wir jetzt hier in Stuttgart einfach einen kleinen Selfie Prank. Einfach ein paar Leute so Selfies machen oder so, ja. Also dann wünsche ich euch viel Spaß. Das war ja alles. Das war ja alles. Ich habe es hier. Ich habe es ein paar Leute, ich habe es hier. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall auf den Wasser. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Eine H됐 Kill. Ich habe es hier etwas mit einem Kollegen. Ich habe es hier zu viel. Du bist hier. Mit einem hier. Anstattich, das war ein Wurf." Und ich kenne mich hier. Aber kostet ja eigentlich Geld. Wenn ich fragen darf. Hallo! Ja, ich hab mich doch gerade Neversy gesetzt und so gefilmt. Das war nur ein Prank auf YouTube. Ja. Und was postet ihr denn jetzt? So... 340 Euro. 340 so ungefähr. Ich habe heute eine Leica gesehen und die will ich am Donnerstag kaufen. Ich verrate nicht wo, sonst kauft die eine andere. Hey, bleibt mal kurz stehen. Ich mache gerade eine YouTube Selfie Challenge. Und für jedes Selfie mit anderen kriege ich einen Punkt mehr. Ich spiele gerade gegen meinen Kumpel, genau. Kann ich kurz ein Selfie mit euch machen? Ja. Ist es okay, wenn ihr auf YouTube seid? Komm, Micha! Ja! Kann ich euch mal das Gesicht zeigen? Ich verstehe mein Gesicht. Ist das ein Video? Ich bin fertig, oder? Ich bin fertig, oder? Fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Hey! Jungs, beste Aktion, würde ich sagen! Ja, also wir waren jetzt kurz was essen, es war auf jeden Fall richtig nice, also wenn ihr mal in Stuttgart seid, oder irgendwo in der Großstadt oder so, dann esst auf jeden Fall dort, weil bei dem Kine ist, keine Ahnung, wie heißt der? Ja, den findet ihr dann schon auf jeden Fall richtig nice. Neben Saturn, ja, keine Ahnung. Jungs, mein zukünftiges Auto, würde ich mal sagen. Alter Jungs, ihr glaubt gerade, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Gerade hat mich, also ich bin so rumgelaufen mit der Kamera, wie jetzt gerade, und dann hat mich ein Journalist angesprochen, und wollte halt wissen, ob ich YouTuber bin und so. Und das Belastende dabei ist halt, und nachher habe ich ihn gefragt, ob er auf YouTube zu sehen sein möchte, und er möchte halt nicht auf YouTube zu sehen, deswegen blende ich euch jetzt mal die Sprachmemo davon ein, also nur die Sprache. Deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt kein Bild von mir kommt, oder so. Ist auf jeden Fall, glaub ich, richtig witzig. Und ich heiße auf YouTube Chuckling Freestyle. Chuckling Freestyle, okay. Und habe jetzt vier Monate aktiv. Vier Monate, ja. Genau. Okay. Okay. Ja. Was ist das für ein Gerät? Das ist eine Kamera. Eine spezielle Kamera? Ja, es ist eine Vlog-Kamera. Okay. Genau. Alles klar. Ja. Nämlich interessiert das Medium ein bisschen, ich bin Journalist, und deswegen... Ach so? Okay. Gut. Freitas. ே appointments Was? Ja ich meinte scheitzegal. Musik Was? Ne, jetzt nicht. Doch, ich kann, warte. Ne, jetzt nicht. Null. LOL. Ich finde es richtig heftig. Kannst du mir vielleicht mal einen Trick beibringen? Weil ich habe einen Youtube-Channel. Ich habe auch einen. Wie heißt du? Kamil. Bist du schon groß? Ja, ich habe schon 240. 1.000. Nein, ich bin noch klein. Ja genau, ich habe auch so 740. 740 müssten es jetzt so ungefähr sein. Und ich kann halt die Basics so around the world oder so, kann ich mal. Was machst du auf deinem Channel? So gerade so Juggling Freestyle. Hast du Freestyle? Juggling Freestyle. Ja, mit Fußball oder? Warte. Ach so, allgemein? Ja, allgemein. So mit Diablo. Diablo. Diablo und Devilstick. Und Jonglieren auch. So mit drei Wellen oder so. Okay, cool. Kannst du mit Fußball? Ja, jetzt. Vielleicht kannst du mir ja noch was zeigen oder so. Ne, zum Beispiel. Kannst du so machen, dann kannst du das so fangen, oder? So wie es macht. Dann kannst du runter und dann... Das ist die kleine Kombination. Also so drehen und... Machen wir nochmal den Handstand. Ja gut, danke. Bitte. Ich geh dann weiter, okay? Okay. Also wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Weil das ist halt mein erster Vlog und... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das geworden ist oder so. Tschüss. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ihn aber da. Haut rein und... Tschüss. Am Ende wollte ich noch sagen, dass nächste Woche dann das FAQ kommt. Weil das soll jetzt nicht ein normales FAQ werden. Das soll ein richtig gutes FAQ werden, wo ich mir richtig Zeit lasse. Und deswegen kam das jetzt die letzten zwei Wochen nicht. Jungs, ich hör auf nicht YouTube. Ich hab kein Bock mehr. Ich geh jetzt. Tschüss. Das ist nicht mehr normal.